hallo einen wunderschönen annähernden abend ich gehe öfter live wenn mir irgendwas einfällt komme ich also bezüglich selbstwert und beziehung aber heute muss ich ganz ehrlich gestehen bin ich nervös ich habe mir heute ein thema ausgesucht dass ich letzte woche mit einer freundin besprochen habe oder eigentlich schon vor eineinhalb wochen und sie sagt am ende dann hallo liebe claudia geht genau liebe claudia noch mal wunderschön schön dass ihr da seid drei claudias genial liebe carina seid alle herzlichst gegrüßt heute geht es um ein beziehungsthema wo ich gesagt habe ich bin sehr nervös weil resultierend aus einem gespräch mit einer lieben freundin die schlussendlich zu mir in diesem gespräch sagt also ich habe sogar aufgeschrieben damit ich da wirklich die aspekte zu habe hilde du sagst er hasst es und du zwingst ihn dazu normalerweise verlangt man doch nicht von jemandem etwas was er hasst so und jetzt könnt ihr euch vorstellen was habe ich gesagt wenn ich schon nervös bin und sage wie gehe ich dieses thema an weil ich mir sicher bin war oder wie auch immer ja jetzt bin ich aber anderer meinung ich bin wirklich anderer meinung und ich versuche euch das jetzt näher zu bringen also punkt eins ist dass das was wir tagtäglich tun ist dass wir sagen männer ja ja männer die machen das die machen jedes ja ja männer und umgekehrt mit sicherheit ja ja frauen ja frauen so sehen sie halt so däpert so blöd so hirnrissig so unsensibel so dies das jenes und ich bin der meinung dass wir mit diesen abwertenden ja männer die däperten die uneinfühlsamen die die eh nix kapieren die kugel haben die dies und das und jenes tun oder nicht tun damit betonieren wir die gräben zwischen mann und frau beziehungsweise wenn ihr jetzt homosexuelle oder lesbische partnerschaften führt wir betonieren das unverständnis füreinander wir betonieren dass man sagt ja wir verstehen uns eh nicht und wir betonieren vor allem dass der andere so gefühllos bleibt so uneinfühlsam bleibt so unaufmerksam bleibt und so weiter und so fort und da komme ich jetzt mit dem christian thiel der in seinem buch sagt liebe ist wenn wir den anderen nicht so lassen wie er ist und wisst ihr warum und da komme ich jetzt mit der imagotherapie und da komme ich mit der encounter center to couple therapy wo es darum geht dass in einem zwischenraum wertschätzung also der zwischenraum ist der raum zwischen zwei menschen dass dieser zwischenraum sauber ist und geordnet ist wie diese wie heißt sie diese ordnungs im moment habe ich nur noch paare die von ausmisten erzählen und von dieser ordnungs ko juno mono ordnungs ich weiß nicht wie sie heißt ich habe es noch nie gemacht aber genau dasselbe gilt für beziehungen wenn wir sagen dann haben wir schon einen mist kübel von abwertung in unseren zwischenraum gestellt weil wir damit sagen ja ihr seid eh deppert uneinfühlsam vergesslich nicht verlässlich was auch immer jemand mit männer assoziiert und genauso umgekehrt mit frauen männer wenn ihr uns frauen so wenig ernst nimmt beziehungsweise euch selbst so wenig ernst nimmt dass dass ihr euch nicht hinsetzt und sagt frau das mag ich nicht mehr oder das mag ich schon dann wird so bleiben wie es ist dann stand dann sagt man halt frauen ja frauen weißt eh wie frauen sind aber das bringt uns nirgendwo hin nämlich 0,0 in die nähe und liebe ist ja nicht ein gefühl dass immer wir den ganzen tag mit liebevollen gefühlen und gedanken durch die gegentrennen von selbst und immer nur denken oh mein gott mein liebster und meine liebste und alles und traum und überhaupt nein liebe ist die qualität von nähe und in dem moment wo wir ganz viel nähe miteinander aufbauen können in dem moment steigt unser glücksgefühl und in dem moment steigt unser gefühl für liebe und in dem moment steigt auch das bedürfnis nach sex und nähe und zärtlichkeit also das bedeutet wenn ihr euch so weit anfangs ernst zu nehmen dass jeder für sich selbst dass man sagt ich brauche das darunter geht's nicht dann ist das nicht ein den anderen zwingen in meinen augen sondern dann ist es ein für sich selbst einstehen und sagen so das brauche ich was bist du mir bereit davon zu geben und zweitens ist es ein punkt der andere kann wachsen er kann sich denen er kann sein eigenes potenzial erhöhen und erweitern bei uns zum beispiel ihr wisst ich erzähle immer wieder von meiner beziehung mein mann ist kein fan davon nichtsdestotrotz da geht er jetzt eh gut weg ich tue das damit ich nichts von den paaren erzähle die alle zu mir kommen ich will ja niemanden entblößen bei uns folgende geschichte ich mag wahnsinnig gern imago dialoge beziehungsweise jetzt nicht diesen ganzen gravurie rundherum ich mag gern dieses wertschätzen ich mag gern dieses sich spiegeln wichtige dinge wiederholen und was jetzt ich zum beispiel dann gerne wollte ist dass wir eineinhalb stunden in der woche das tun und zwar in einer ganz vereinfachten form viertelstunde wertschätzung und überfluten dann jeder eine halbe stunde zeit was ich möchte dass du von mir weißt und dann noch einmal eine viertelstunde überfluten so dann sagt mein mann wochenlang jetzt müssen wir schon wieder das machen ich hasse das das ist ja schrecklich das ist ja schrecklich und ich habe dann irgendwann gesagt und immer wieder mir auch gedacht ja das mag jetzt für dich schrecklich sein so jetzt hat es mir angezeigt meine batterie geht aus ich hoffe es passt trotzdem noch das mag jetzt für dich sich schrecklich anfühlen aber für mich fühlt es sich auch schrecklich an wenn wir nie in die tiefe gehen ich will gespräche haben wo wir in die tiefe gehen sonst ist mir langweilig so jetzt ging das wochenlang hin und her und hin und her und irgendwann habe ich gesagt ich sagte was ich würde das am liebsten gerne sieben tagelang 24 stunden pro tag so kommunizieren du tust das sieben tage 24 stunden pro tag nicht freiwillig dann möchte ich wenigstens eineinhalb stunden pro sieben tagen 24 stunden wenigstens eineinhalb stunden pro woche haben wo wir so kommunizieren wie ich das gerne hätte und ich hätte dich gerne dabei mit einem lächeln und nicht immer wie mit einem kleinen kind das sagt ich hasse das ich mag das nicht und das hat meine freundin als zwingend empfunden so dann habe ich meinen mann offensichtlich gezwungen oder wie soll ich sagen ich habe einfach gesagt das ist mein bedürfnis es kann ja nicht sein dass mein bedürfnis einfach null erfüllt wird und seines zu hundert prozent und das wahnsinnig spannende ist und das finde ich wirklich extrem spannend jetzt haben wir es wirklich schon oft gemacht machen es wirklich jedes wochenende und mit einem lächeln und mein mann nie wieder die augen also man kann ja auch die augen verdrehen und so öffsen muss ich schon wieder und so dieses zack so dieses frauen oder therapeuten oder coaches ja nein danke und das spannende ist umso mehr ich das jetzt einfach mit einem guten gefühl von meinem mann bekomme umso wie soll ich sagen umso näher fühle ich mich schon automatisch und umso kürzer wird inzwischen diese eineinhalb stunden jetzt habe ich schon zweimal hintereinander erlebt dass ich selbst gesagt habe naja ich was ich möchte dass du von mir weißt habe ich nur fünf minuten verbraucht und habe gesagt na mir reicht schon reicht schon machen wir die überflutung passt und das wunderschönste ist also das heißt es hat in der tiefe schon so ein vertrauen sich entwickelt und es hat sich schon so verselbstständigt im alltag dass ich es nicht mehr gesondert so dringend brauche offensichtlich und das tollste das letzte mal war dass mein mann gesagt hat bei der schluss wertschätzung was ich an dir wertschätze ist diese freude die du empfindest wenn ich mit dir diese eineinhalb stunden mache wie glücklich dich das macht das macht mich auch schon wieder glücklich und jetzt stellt euch einmal vor das ist jetzt halt so ein gespräch ja es könnte auch was anderes sein es könnte auch sein der geschirrspüler ausräumen es könnte sein pünktlich sein es könnte sein dass man sich sagt ich liebe dich jeden tag es könnte sein dass man sich fünf mal mehr umarmt also was auch immer du brauchst bitte fordere es ein denn diese jedes mal zu sagen männer die können halt nicht reden die können nicht pünktlich sein die können nicht treu sein die können nicht mich umarmen die können nicht ich liebe dich sagen damit nimmst du deinem mann deinem partner eine wachstumschance und ihr männer umgekehrt mit uns frauen genau dasselbe lasst uns aneinander und miteinander wachsen das ist das größte geschenk das wir uns machen können stellt euch vor ich wäre hier da zu meinem weinbauern gezogen würde hier sitzen und bei jedem hätte ich mir gedacht naja männer 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 irgendwann würde ich mich so einsam fühlen also ich würde mich jetzt schon so einsam fühlen dass eine lieb affäre nicht weit von mir wäre weil ich dann viel schneller jemand anderem mich näher fühlen würde mich verstanden fühlen würde und zack ist man weg also es ist nicht mein ziel und möchte ich auch nicht und weil ich das nicht möchte verlange ich dass auch dinge die mir wichtig sind gemacht werden und mein mann ist super der war früher da 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 stolze er braucht ja eh nichts inzwischen kann der dinge einfordern und sagen und ich sag's euch ich finde das so sexy ich finde das super ich finde das genial ich habe ein gegenüber bei dem ich mich auskennen ich kann wachsen mit ihm und an ihm und ich werde auch gefordert weil ich finde es irrsinnig fahrt in einer partnerschaft wenn ich tun kann was ich will und schlechte laune haben und was auch immer hinhauen und es gibt kein gegenüber und es gibt niemand der sagt stopp so nicht oder stopp das brauche ich jetzt auch oder hilde hier lernst du nichts langweiliger als naja der ist halt so und die ist halt so dann landen wir so wie viele ältere menschen die nicht mehr mobil sind die dann wirklich nur noch zu hause sind kaum mehr freunde haben die nämlich selber nicht mobil sind und dann sitzen wir zusammen da und haben nichts zu besprechen weil wir ein leben lang gesagt haben naja männer naja frauen und dann haben wir einsamkeit und stille also in diesem sinne mutet euch zu verlangt dinge und zwingt den anderen aus seiner komfortzone heraus und auch umgekehrt so dass du aus der komfortzone gezwungen wirst und wachsen kannst das ist ein super 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 gefühl wenn man es geschafft hat jedes mal aufs neue in diesem sinne eine wunderschöne woche ganz liebste grüße deine hilde fair aus der beziehungsambulanz heute tschüss 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 tschüss